Das ist nicht kaputt, Mann. Das sind also ihre Eier und anhand dessen können sie sich erwohlen. Das dauert jetzt ein bisschen wie Schaubel. Schalalalalalalala. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Das werden wir gleich herausfinden, würde ich sagen. Ich glaube, er muss gar nicht lange. Bestimmt, er hat ja was von Luft gelabert, wenn man hier ist der Lift. Selbstverständlich hat er sich schon da draufgestellt. Ja, warte. Der Schlüssel fehlt. Sehr gut. Nee, echt jetzt? Ich werde ihn suchen. Funk durch, wenn du ihn hast. Wieso war das klar? Wieso war das klar? Dass ich jetzt hier gucken muss, was abgeht? Bewegt sich nicht, scheint einer zu schließen. Ah, oh, ja, ich sehe. Ich sehe. Danke. Ich gucke. So. Ist es nicht richtig so? Okay. Bisschen, stimmt. Denke ich mal. Achtung, Ladebisschen. Ja. Ich finde es schön, allein hier rumzulaufen. Ich meine, hey. Ne? Mache ich doch gerne. Ich denke schon, dass sie das war. Ach, du Scheiße. Ich sehe immer noch nicht schön, dass sie das war. Selbstverständlich. Ja, jetzt stirbst du mit meiner ganzen Muni. Nee, ich habe noch Abschluss. Mein Gott sei Dank, Alter. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt gar keine Muni mehr gehabt. Ach. Das wäre ja herzallerliebst gewesen. Von hier ist er gekommen. Gib mir Munition. Gib mir Munition. Natürlich nicht. Ja, sie ist. Lass mich hier mit dieser wenigen Munition klarkommen. Ach, du Scheiße. Ja, na klar. Ja. Wenigstens halten die nicht viel aus. Funktioniert nicht. Ja, es sieht übrigens süße aus, Jill. Wirklich. Warum legt ihr das hier gerade so down? Frame-Drops. Wolltorn. Nein. Nee, ich tue es mal in die hier rein. Hier waren wir doch schon mal. Aus einer Art zu sterben. Ich habe lange nicht mehr so gesucht. Oh, ich warte nur darauf, dass hier wieder irgendwas kommt. Geh mal erst hier rein. Ah! Arschkeks. Ah, Jill. Tu was. Hier war doch der, der Pseudo-Chris drin. Da habe ich diese Chris-Puppe gefunden. Wo ist der echte Chris? Nicht starbisch, sir. Geheimnisvolle Anweisung. Sieht aus wie eine Nachricht. Es ist entscheidend, dass wir unsere Mission schnellstmöglich ausführen, sobald wir auf der Queen Zenobia sind. Die beiden Zielpersonen werden bald eintreffen. Sie dürfen die Mission auf keinen Fall gefährden. Handelt angemessen, keine Überreaktion. Erstens, Raum sichern. Sichern Sie einen vorteilhaften gelegenen Raum im Quartier der Crew. Laut Nachrichtendings können Sie sich an Bord BOWs befinden. Lassen Sie also äußerste Vorsicht walten. Zweitens, Material. Die Spionageutensilien, die Sie erhalten haben, dienen dazu, die Zielpersonen zu verwirren. Verteilen Sie sie, wie in der Anleitung beschrieben, im Raum. Verlassen Sie den Raum dann umgehend. Keine Spuren hinterlassen. Das Hauptziel dieser Mission ist, die Ziele abzulenken. Schnelles und unauffälliges Vorgehen sind ein Muss. Die Zielpersonen dürfen Sie nicht sehen. Greifen Sie nicht an und schießen Sie nicht auf Sie. Unentdeckt zu bleiben muss für Sie oberste Priorität haben. Alles andere überlassen Sie mir. Okay. Das ist die Flagge der Terroristen. Da steht Weltroh drauf. Ja, hier waren wir irgendwie schon. Ach, das stimmt. Möchtest nach unten? Das scheint eine Sackgasse zu sein. Ach, chill. Du bist so eine schlaue Maus, Alter. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier fast beeindruckt. Oh, nur fast. Möchtest nach unten? Alter, warum Pauli denn so viel Money? Kannst du echt nicht sein? Kannst du echt nicht sein? Also wirklich nicht. Ich muss schon gucken, ob ich hier eventuell Sachen finde. Damit ich vielleicht mal irgendwie... Oh. Ich glaube, das ist die Modifizierte von mir. Gut. Dass ich hier irgendwie mal Munition finde. Ich glaube, hier ist immer noch nichts dran, Alter. Ach, du Kacke, Mann. Muss das sein? Ich weiß nicht, wie viel Verballer ist. Mindestens noch mal genauso viel. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Habe ich das schon mal erwähnt. Und hier ist das irgendwie so Normalität, dass man sich erschreckt. Ich bin richtig, das ist schon mal gut. Wieso kriege ich Munition für Waffen, die ich nicht mehr habe? Das ist doch schwul. Also wirklich schwul. Waffe wechseln, wenn der Waffe wechseln, steht automatisch... Ja. Alter, warte doch mal. Das ist die Unmodifizierte. Tut die mal da hin. Deswegen tust du da hin. Und das nehme ich. Kann ich das nicht geben? Geht nicht? Also geht nur für... Ah, ich verstehe. Ach. Was mache ich denn? Feuerrate. Kannst du die Feuerrate verbessern? Ja, sehr gut. Wunderschön. Na, was so? Habt ihr noch was drin? Ich? Nein. Sehr, sehr gut. Jetzt müsste ich nach links gehen. Lass mal aus dem Fenster gucken. Von draußen weht es kalt herein. Ah, nein! Komische Geräusche. I don't like this. Oh. Habt ihr jetzt auch gehört, die ist komisch? Ah! Schrecklich! Ach, dann gleich kommt wieder ein Viech. Ich hab's gefunden. Okay. Okay. Es war hier. Das war wirklich hier, ja. Gut, dass die Teile nicht mehr da ist, ja? Ötagebuch. Verfasser unbekannt. Ich wurde zu dieser Mission gezwungen. Ich wollte keinen Job annehmen, der mich ins Grab bringt. Wie auch immer, Phase 1 ist erledigt. Habe den Schlüssel zum Frachtenaufzug. Jetzt habe ich Zugang zum Kielraum. Dieses Schiff wurde für die Anschläge auf Teragiria... Teragiria vor einem Jahr als Kommandozentrale genutzt. Im Vorderdeck habe ich die Drohne entdeckt, mit der das Virus versprüht wurde. Die Drohne zu finden war Glück. Aus dem Nichts von einem Monster angegriffen zu werden, war Pech. Ich wusste sofort, dass ich diese Mission hassen würde. Mein Kopf fühlt sich ein, als ob er gleich platzt. Ein Auge ist schon weg. Kann kaum sehen und mir ist übel. Die Arme fühlen sich auch komisch an. Mein rechter Arm ist zweigeteilt. Wenn Blut überströmt, kann meine Knochen sehen. Braut trinkt Arzt. Die Schrift ist mit Blut bedeckt. Oh, ein hübscher Zombie. Ha, 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 lecker. Auf so einen Scheiß stehe ich doch mal überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Ich habe sie gefunden, aber sie ist ein Zombie, ne? Geil. Hinterher! Ja, klar. Ah, Mann! Ihr Dämchenrotzekack. Was? Ah! Was bist du denn, Alter? Ah, warte. Oh Gott. Lauf, Jill. Lauf. Sie flieht! Sie ist in den Rohren! Ich komme gleich zu deiner Position! Bewegt dich, Opa! Oh nein! Bitch, Alter! Das ist so ekliges Geräusch, was sie macht! Ah! Ach du Scheiße, da ist sie doch schon wieder! Ach, fuck off! Alter! Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Aber die Verwandlung war so schnell! Der Virus ist stärker, als ich dachte! Ah! 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 Nee, ich werde da noch nicht sterben, bitch. Oh Gott. Es ist alles andere als schön, diese Geräusche von ihr. Abartig, don't like, don't like, don't like. Creepy shit, bitch, shitten, kacken, dreck, shit. I don't like, verdammt nochmal. Wo sind die hin jetzt? Besonders, die hält doch wieder so viel aus. Habt ihr das mitgekriegt, wie viel die aushält? Meine Nerven, am Ende. Am Ende. Ich finde es klasse, dass mein lustiger Partner hier irgendwie gar nichts macht. Gar nichts, gar nichts. Der chillt ja irgendwie so vor sich hin. Der kann nämlich ruhig mal mithelfen, Alter. Ah! Aaaaaah! I don't like this shit! This shit I don't like! Nee! Is he dead? She's dead! Oh god, she's dead! Schön, dass du auch mal da bist, Freund. Aufzugschuss, immer noch viel. So will ich nicht enden. Aber alter Falter, ey. Oh, wirklich, Rachel? Ich hab Munition. Oh, Gott sei Dank. Ich hab Munition, alter. Du glaubst es nicht! Ich hab Munition! Oh! Das war so eklig! Alter! Das war einfach nur ekelhaft, ja? Vom feinsten einfach nur super, super eklig. Dieses Geräusch, was sie gemacht hat. Aaaaaah! Schrecken! Gibt's schon wieder komisch groß. Ich will jetzt gar nicht schwitzen! Einfach wegfahren! Gar nicht... verachten! Heißt das etwa Weltrohr hat also auch die FBC betrogen? Keine Ahnung. Vielleicht nutzen sie einfach jeden aus. Im Moment geht es eher darum, ich nehme auch an, dass ich das gegenseitig so ein bisschen ausnutze, ne? Ach, Halleluja, ey. Bitte benutze den Schlüssel, ja. Super gut. Und jetzt, alter, hier. Gib ihm. Oh! 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 Oh, dieses Ding hab ich vergessen! Nein! Oh, Kitty! Was machst du? Hm? Ich höre etwas. Das ist gar nichts! Gar nichts! Ja, super! Klasse! Hahaha! Halte Pfade! Das war Episode 4! Wiederkehrende Albtraum! Oh Gott! Also das war böse! Es war böse! Was kann ich eigentlich mit diesen Punkten machen? B... BP-Punkte? Es war so unschön! So unschön! So... Keine Munition! Nix! Alter! Aber... Aber die Gegner vom Feindsneisch! Das ist Kackensessen! Ganz ehrlich! Das war nicht schön! Das war wirklich... Wirklich nicht... Schön! Aber... Bis zum nächsten Mal!